Hey Leute und willkommen zurück hier beim Fight Club. Nein, bei Total Miner. Wir hatten beim letzten Mal ein bisschen mit dem Spawner Block hier, NPC Spawn, ein bisschen rumgespielt. Und haben was ganz cooles hinbekommen hier mit den Sensenmännern, die durch die Gegend fliegen. Und ich hatte gesagt, wir fangen jetzt an die Kuppel zu bauen. Und deswegen kaufe ich mir jetzt erstmal ganz viel Glas. So, ist eigentlich relativ günstig das Glas. So, ähm, das soll ja ein ganz normales Stockwerk werden. Muss aber natürlich auch ein bisschen abgerundet werden. Ist natürlich gar nicht so einfach jetzt, hier drauf zu bauen. Weil das natürlich alles eckig ist, klar. Ich kann es aber so machen, dass ich hier oben einfach ein bisschen erweitere das Stockwerk. Das ist sowieso ein bisschen klein, so wie es jetzt gerade ist. Würde natürlich Sinn machen. Ach, ich hab doch welche noch. Da waren sie. So, äh, das hier ist die Mitte, also hier ist die Mitte drei. Das heißt, da werden dann auch später drei, äh, dreimal... Mist. Dreimal, äh, Glasblöcke sein. So. Und noch eins. Wir gehen ja jetzt schon eins raus. So, und... So. Wobei, ich muss gerade überlegen. Ähm... Wobei, ich lass das erst mal so. Drei von, ähm, drei vom Ende Abstand, also hier hin. So. Ah, man, ich drück schon wieder das Falsche. Egal. So. Dann kommt drei und dann wieder zwei. So, bis dahin. Ähm... Ähm... Wir brauchen jetzt hier bei Building ist das. Äh, wo haben wir es denn? Ach da. Brauchen wir natürlich ein bisschen mehr. Sorge ich wieder ein bisschen vor. 18.000 haben wir jetzt. Wobei, ich hätte diese... Habe ich die verkauft? Doch, ich hab die doch verkauft. Die Blöcke beim letzten Mal. So. Und dasselbe natürlich auch wieder hier. Es fängt wieder an zu ageln. Den jetzt wieder ein bisschen schmerzen. Ah. Ah, ich drück schon wieder denselben. Genau, drei. Und dann wieder drei und dann wieder zwei. So. Und hier noch eins drauf. So, klappt doch ganz gut. Soweit. Drei habe ich gesagt. Oh, das war gut, dass wir erst hier runtergefallen sind. Ah. Building. Dann können wir sechs. Das reicht auf jeden Fall. So. Ähm. Doch, genau. Habe ich verkauft. Ich habe ja gesagt, können wir uns dann einfach nochmal kaufen. Äh. Wobei, oder? Ich könnte es doch englisch. Ne, ich mache es einfach. Ich mache es einfach. Ups. Ich mache es einfach so, dass ich nicht so viele davon kaufe. Sondern einfach einen Rand da rumziehe. So. Sieht hoffentlich nicht zu schrecklich aus von unten später. Sonst müssen wir da nochmal nachbauen. Ich finde aber ein paar mehr gebrauchen. So. Und auch hier wieder. Die ganze Nacht schlagen die sich hier. Oh, warte. Ich kann das ja auch hiervon nehmen. Weil hier kommt ja auch später wieder Holz hin. Aber dann ein kompletter Block davon. So. Natürlich hier wieder das. Hier wieder dasselbe. Und. Hier setzen wir wieder dran. Nein. Egal. Ich bin direkt am Spawner. You'll die. Okay. Liegt mein Name. Das Wichtigste haben wir schon mal wieder. Hä? Achso. Hier ist ein PC auch gestorben. Deswegen haben wir jetzt ein Quade bekommen. So. Jetzt nicht nochmal runterfallen. Das passiert mir ja ganz gerne. So. So. Jetzt habe ich wieder Q gedrückt. Weil ich immer eins drücken will. Was? Eins schmeißt auch raus? Jetzt habe ich den Hammer weggeworfen. Ah, toll. Rechts von der Leiter. Genau. Also hier muss er liegen. Da liegt er auch. Er ist ziemlich weit geflogen. Er damit. Kommt von mir oben. Ich habe wahrscheinlich nicht genug ausgeleuchtet hier. Kommt aber auch noch. Äh. Wie sollte ich den nicht da raus setzen? So. Jetzt kommt die letzte Ecke hier. Hier mal. Ist es ja nicht schlimm. Wenn ich runterfalle, verliere ich ein bisschen Leben. Aber das war es dann auch. Hätte ich auch eine ganz coole Idee, dass wir hier Glas runterziehen nochmal. Das ist natürlich immer sehr schön. Oh, das war einer zu viel. So. Ähm. Genau. Jetzt brauchen wir die Holzblöcke. Verkaufen. Verkaufen. Behalten. Building Holzblöcke. Die Weißen. Hier nicht. Mach mal bis 30. So. Dann einmal hier lang. Aber es geht doch auch gar nicht auf hier, oder? Oder doch. Geht doch. Doch. Hat mich nämlich die ganze Zeit schon so ein bisschen verwundert. Ach Mist. Stimmt, das ist ja abhängig von wo man anbaut. Wie der Block steht. Ist zum Glück immer richtig geworden. Hehe. Ähm. Oh, das war. Einer zu viel. Ne, war sogar richtig. Wollte eigentlich fünf gekauft haben. Wollte. Habe ich doch fünf gekauft. So. Ähm. Ja genau. Jetzt sieht das Ganze hier schon ein bisschen größer aus. Wunder mich nur. Achso, das sind die Ecken noch von dem Haus. So, hier kommt wieder weg. Und hier auch. Ich will natürlich die Steuerung irgendwann drin haben. Deswegen mache ich das so, wie es gehört. Rechtsklick platzieren. Ich bin der Überzeugung, dass das hier auf jeden Fall sehr schön werden wird. Oh. Werden da mit. So. Ähm. Überleg, ob wir noch eins. Komm, wir gehen noch eins höher. Das wird ja ein bisschen eine größere Kuppel. Habe ich denn jetzt. Achso, ne. Ich habe draufgeschlagen. So. Aber noch eins gehe ich nicht höher. Das wäre ein bisschen sehr groß. Oh. Dann sind wir gleich hier einmal rund. Dann kommt, genau, jetzt kommt die Schräge. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das war immer, immer eins rein einfach. Das war, glaube ich, ganz gut. Ähm. Ich glaube, ich werde auch diese Verbindung lassen. Und nicht diese Eckstücke. Also hier diese. Und hier den. Und hier den immer entfernen. Ich glaube, ich lasse das so stehen, wie es dann ist. Dann wird die nicht zu spitz. Sondern passend rund. So, da geht auch perfekt die Sonne wieder unter. Sieht auch auf jeden Fall schon mal ganz gemütlich aus. Dann machen wir auch hier wieder. Äh, setzen wir wieder fest, dass wir mit Pflanzen dekorieren werden. Und einen noch so. Jetzt kommt das rüber wieder die, äh, selbe, dieselbe Vorgehensweise. Ach genau, der hat jetzt, äh, könnt ihr auch mal sehen. Der hat jetzt, äh, weil die Blöcke direkt nebeneinander lagen, die Glasblöcke. Hat der jetzt direkt zu dem anderen gewechselt. So braucht ihr dann nicht immer wieder neu auswählen. Sondern der holt sich die, oder geht dann selbst eins rüber. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete. Ich weiß nicht, dass ich auf einmal im unteren Stockwerk bin. Ja, genau, das meine ich. Und dazu natürlich nochmal verbaut. Wie bin ich denn da überhaupt? Da ist ein Baufehler, da ist ein Baufehler. Wo ist der Baufehler? Mhm, den hab ich hierhin gesetzt. Hier, da ist der Baufehler. So, genau. Das ist wieder richtig. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Glas. Oder hab ich noch was im Inventar? Oh. Hab ich noch was im Inventar? Nee. Oh. So und so. So, 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 so. Genau, hier ist es auch wieder aufgegangen. Und jetzt kommt wieder die nächste Schicht oben drüber. Ich kaufe mir erstmal Glas. Bevor ich jetzt nach oben gehe, dann kann ich oben drauf abschließen. Wo haben wir das? Ja, stimmt. Das kostet 22 GP. Okay, ist also relativ günstig. Dafür, dass wir bei anderen knapp 150 bezahlen. So. Ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen bequemer hier oben zu bauen. So, haben wir das hier auch gleich wieder fertig. So. Stimmt. Und ich werde auch in dieser Folge wieder einen Block zeigen. Wer ich natürlich nicht mehr so lange machen können. Irgendwann haben wir alle Blöcke durch. Beziehungsweise alle, die ich kenne. Ich mache gerade hier die Schicht noch fertig. Überlege, ob ich hier die Schicht vielleicht schon abschließen soll. Ich glaube, das mache ich auch. Weil irgendwo ist es ja auch nicht spitz bis zum Äußersten. Und zwar ein bisschen viel Glas noch mal gekauft, aber ist ja egal. So, 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 so und so. Ich mache hier die Schicht fertig und schließe damit ab. Dann gucken wir uns das Ganze mal von innen an, bevor wir uns den Block ansehen. Hier kann ich ja schön runterspringen. Oh, 260 Blöcke haben wir noch. So, oh, das sieht doch, das sieht doch sehr schön aus, finde ich. Natürlich. Das ist jetzt mal wieder weg. Doch, das ist doch schön. So, gefällt mir das. Dann machen wir da oben noch ein Licht rein. Und jetzt zeige ich euch den Block Utility. Was kann ich euch denn noch zeigen? Was ist das hier? Achso, das weiß ich selbst nicht. Ja, genau, dann muss ich euch zwei Sachen zeigen. Ich zeige euch dieses Mal das Painting. Achso, Items muss ich natürlich. Ich brauche nämlich für das Painting. Wo haben wir es denn? Warum ist denn? Ah, da genau, hier. Wir brauchen eine Kamera. Blocks Utility Painting. So, ich rüsste mal die Kamera aus. Was sieht denn dann hier ganz schön aus? Wir gehen erstmal nach unten. Wir machen was von unten. Oh, der Herbst ist eingetreten. Genau, es gibt hier nämlich auch Jahreszeiten. Es wird auch irgendwann mal schneien. Was sieht denn hier? Irgendwas hier machen wir. So ein typisches Herbstbild könnten wir aufnehmen. Aber natürlich nicht mit dem Baum, der hier abstirbt. So, so wie man das macht als Fotograf. Achso. So, das Schaf perfekt drauf. Jetzt gehen wir wieder nach oben in die Bude. So, und wir brauchen noch eine Tür, sehe ich. Das Bild hänge ich hier auf. So, dann geht hier E-Set-Photo. Und dann könnt ihr, das ist zwar nicht hochauflösend jetzt, aber das ist das Bild von eben, von unten. Könnt ihr dann Bilder setzen. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Ich werde die Kamera auch mal hier reinlegen. Könnten wir ja vielleicht nochmal gebrauchen. Und ich sollte mal hier aufräumen. So. Tür habe ich gesagt. Tür kaufen wir. Wir können natürlich halt auch von Spielern Bilder machen. Und die sind dann auch, es ist alles auf dem Bild, was auf dem Bild ist. Ich werde gleich auch noch was dazu zeigen, wenn die Folge am Ende ist. Was wollte ich denn jetzt nehmen? Ach genau, ich wollte hier die nehmen. So, und eine Tür. Eine Tür wollte ich. Ist das ein Utility? Ist ein Utility. Wood Door. Genau, links. Ich glaube ich, den haben wir jetzt auf Z. So. Ähm. Ach, nicht pick. Okay. Ah ja, genau. Ich muss mal ganz vorsichtig sein, was das betrifft. Genau so habe ich mir das gedacht. Und hier oben kommt dann das Bett hin. So schön, schön an dem Fenster. Da ist die Frage, was sind die absolute Mitte hier das. Komm ich nicht dran. Ich habe ja gesagt, ich will noch ein Licht bauen. Das mache ich auch noch. So. Einer geht noch. Utility ist das. Eine Sunbox oder wollen wir ein Powered Light nehmen. Ich finde eigentlich, ich finde diese Sunbox ist auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, das nehmen wir auch. Wie viel Power. Ach, scheiße jetzt. Ähm. Das ist natürlich ein bisschen mehr. Oh, ich habe ziemlich viele gekauft. Äh, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, ich sammle den mal ganz kurz. Oh, der ist weg. Das scheint. So steht den Boden, aber ist ja egal. Ähm. Building. So, komm. So, so. Und, so. Vielleicht sieht das ja noch was aus. Ist aber auf jeden Fall ganz gemütlich hier schon mal. Oh, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Den Zaun könnten wir vielleicht ändern von der Farbe her. Natürlich sollte man hier aufpassen. Die ändern sich natürlich dann auch mit. Äh, was nehmen wir denn für den Zaun? Dann haben wir wieder Industrielle. Oh. Mann, ich drücke immer das Falsche. So. Das hier nehme ich wieder raus. Ähm. Ich mache gerade hier noch. Ich brauche gerade noch was wir nehmen. Hier das Kind aber ganz. Ah, wobei ist ja wieder zu dunkel. Das will ja nicht dunkel sein. Das nehmen wir. Ich mache gerade hier noch den Zaun fertig. Und dann zeige ich euch noch das andere zu den Fotoapparaten. Und es wird anscheinend gerade ein bisschen dunkel, oder? Sagt das gerade nur so aus? Oh, ne. Sagt nur so aus. Ah, ne. Es regnet. So. Es ist doch ganz gemütlich hier oben. So. Dann werde ich mal gerade ins Menü gehen. Wir werden natürlich die Welt speichern. Ähm. Ich mache es am liebsten über das alte Menü. So. Äh. Quit. Hier wird nochmal gefragt wegen, ob man speichern will und so. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. So. Und wenn ihr dann ein Bild aufgenommen habt. Ähm. Ich muss es gerade machen. Das ist noch ein kleiner Menüfehler. Äh. Ihr habt ein Bild aufgenommen. Dann könnt ihr hier bei Fotos gehen. Und dann könnt ihr hier euer Bild ansehen. Könnt ihr auch Vollbild machen. Ist aber dann ein bisschen anders. Äh. Seht ihr da links der Busch. So. Ähm. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr nettes Feature. Und äh. Wir sind auch damit dann am Ende einer Folge. Äh. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und. Ja. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.